Was geht ab meine Freunde, JB ist am Start mit einer neuen Adventure Map, hier direkt geht's weiter, denn vor ein paar Tagen ist diese neue Map rausgekommen, die ist wirklich richtig fresh, also die ist noch nicht mal eine Woche alt, ich lese mal vor, Welcome to Gameband The Haste by Cube Hamster, important use following settings, ja hab ich, hab ich, hab ich, this map was made for 1.8.7, don't use mods, don't use Optifine, ich hab jetzt auch kein Optifine drin, hab keine mods drin, nix, klick hier for credits, ah cool, when ready, klick, right klick hier to start The Haste, aber Freunde, schaut euch das mal an, ich bin einfach, guck mal hier, kann ich mich da draufsetzen, ne, aber, Ah, das ist das Gameband, aber Freunde, guckt euch mal an, der hat einfach, der chillt da, kann man da doch draufsetzen, ich schwöre, das sieht so geil aus, ne, ich hab richtig Bock auf die Map, ne, Schublade, guck, da ist ein Blätter drin, ich kack ab, ich will anfangen, los. Okay thief, let's go over this one more time so you don't mess up, your job is to steal valuable research and prototypes, to do this you must enter the building, it's pretty simple at first, walk up the stairs until you get to the roof, then enter the ventilation system, from there you should descend to the ground floor, at which point you should get out, and begin searching, be careful of the security systems, if you get caught, the whole place will go on lockdown, assuming that doesn't happen, and you manage to work your way out of the ground, meet me here, we drive off, and you get your 70% cut, so, what are you waiting for, get going. Krass, Alter, aber wir sind hier gerade abgesetzt worden und sollen jetzt hier uns in dieses Gebäude schmuggeln, dann auf Anweisungen warten, keine Ahnung, select recharge mode to show objectives, get into the building, ich hoffe, ihr versteht ein bisschen Englisch, also, da steht jetzt, wir sollen in das Gebäude eindringen, ich vermute mal, das passiert hier über diese Treppen, ja, hier kommen nochmal die ganzen Crits. What exactly got you into this kind of work? You there? You might even working. That's great, nice way to start a heist. I guess your mic is busted. Just keep going, it doesn't matter. Okay, der hat jetzt hier... Wo, wo, was? Habt ihr das... Moment mal, ich kann hier... Okay, ich bin ein bisschen fasziniert gerade. Ich glaube, die Map wird ziemlich nice. Warum nicht sie bewegen? Sind sie oder was? Es ist nur ein Hatch. Versuch es zu schlafen. Da geht's. Geh kaputt. Los! Ähm... Guck mal, ich bin schon direkt, äh... Oh, okay. Okay, now, stop here. I'm serious, don't move. Before you go anywhere, there's a camera around the corner. So here's the thing about the cameras. If they spot you, they will raise the alarm level. Once your alarm level reaches a certain point, the alarm will go off. That means I have to find someone else to do this. Which would be very unfortunate. So what I need to do, is run as quickly as you can from the women's bathroom to the security office across the hall. Okay, also ich hab's jetzt so verstanden, hier sind überall Kameras und wir dürfen nicht von den Kameras entdeckt werden. Dafür ist wohl unsere XP bei unten, also dieses Alarm-Level. Und je länger uns eine Kamera sieht, desto höher wird das und wenn es voll ist, wird der Alarm ausgelöst und dann haben wir verloren im Prinzip. Das heißt, ich soll jetzt hier so schnell es geht durchlaufen. Okay, wir sollen jetzt was mit wegen der Kamera machen. Disable nearby camera. Wie aktiviere ich etwas? When you're done, rick into the office next door. Hurry up though, we don't have all night. Use hacking mode to hack red consoles. Krass, alter. Whenever you hear ticking, it means you're spotted by your security systems. When the alarm level is full, the alarm triggers. Okay. Also dies auseinander genommen. Das heißt, wenn ich hier drunter stehe, dann sieht die mich nicht. Boah. Ich will nicht entdeckt werden. Oho. Alter, das ist ja schwerer als ich dachte. Und wie kann ich jetzt wieder... Ah, okay. Okay, jetzt stopp hier. Ich bin ernsthaft, nicht mehr. Bevor du zu gehen, ist eine Kamera rund um die Wand. Schau, ob du etwas über die Kamera kannst. Wenn du fertig bist, rick into die Office next door. Bring her direkt in die Office. Wenn du nicht all night hast, dein Alarm wird weg. Das bedeutet, dass ich noch jemanden finden muss, um das zu tun. Das wäre sehr unbefassbar. So, was I need you to do, is one as quickly as you can, from the women's bathroom to the security office across the hall. Jetzt habe ich mich... Ah, hier muss ich dann so ein. So, hacking, los. There. That's what we're here for. You need to get into that basement. Wir müssen jetzt irgendwo in den Keller. Boah, krass, Alter. Was muss ich jetzt tun? Access the elevator. Wo ist denn die elevator? Hör auf. Man's restroom, kann wir hier irgendwo... Ah, ne, ich glaube, das klappt nicht. Okay, hier lang ist man also. Dann müssen wir das hacken. No console. Kann ich hier irgendwas... Ja, aber das kann man doch. Level 1. Ah, jetzt. Muss er wirklich... Okay, was geht hier ab? Hallo. Das heißt, ich brauche jetzt eine Keycard, ja? Meeting Room. Okay, ist keine Kamera. Recharge Station. Krass, Alter, man kann einfach seine Dinger rechargen hier. Ich raste aus. Ha, du Beamer. Boah, Freunde. Diese Map, ne? Support Office. Ne, die sind auch andere. Minecraft am Zocken, ja. Okay, muss ich da rein? Kameras, keine Kameras. Ah, ne Mail. Das war ne Junk Mail. Komm, hier können wir nochmal hacken. You'll find it in the wooden desk drawer at the support office. At the wooden desk drawer. Also, am Holztisch. Krass, Alter. Was ist das für ein Inventar? Mit der Keycard können wir jetzt in den Aufzug... Wow, I didn't think you would actually make it this far. Und los. Level minus eins. Access next level, get sensor mode, get hacking upgrade, get reshot charge upgrade. So... Cameras don't have line of sight of you. They detect blocks. They can see the block you are on. They can see you. Ah, okay. Don't just stand there, hack the prototype. Ja. Child of mine. Use your hacking mode to download prototypes. Oh, sensor mode. Kameras can... They can't see through that. There's a low wall, though. Okay. Warte mal. Kameras können durch Glas und über niedrige Hindernisse gucken, aber sie können... Hä? Ich würde gerne da rein und das testen, aber... Was macht das? Wait, are you going to use it? Just make sure you don't break it. Was macht dieses Ding? Ich verstehe es nicht. Aber hier ist noch mal so ein Recharger. Ach, nein. Recharge Mode. Danke. So, hacking. Oh. Das ist ein Level 3-Hack-Ding. Oh, 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 oh. Wie funktioniert dieses Sensor-Mode-Ding? Könnte ich ihn einfach so... Ah, krass. Guck mal, ich kann sehen, welche Blöcke einfach... Ich raste aus. Alter, als ob es hier auch noch Roboter gibt. Ich glaube es nicht. Ich höre diese Map, ne? Die machen mich richtig fertig. Jetzt mal ohne Witz. Ja. Oh, da kommt der Bot. Was man mittlerweile alles in Minecraft machen kann. Das ist unglaublich. Freunde. Ich lasse euch jetzt mal mit diesen Impressionen hier alleine. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Checkt die nächste Folge ab. Es wird, glaube ich, auf jeden Fall noch geiler. Ich weiß es noch nicht. Ich kenne die Map nicht. Aber was auch immer wir tun müssen, wir werden es schaffen. Hoffe ich mal. Ja, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst mir doch eine positive Bewertung da. Lasst einen Kommentar da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.